Hey Freunde, damit kommen wir zur Reverse Raven Woche 12 Herausforderung, Phase 1 von 3, besuche den Nullpunkt. Dieser Clip ist für all diejenigen, die nicht wissen, wo der Nullpunkt ist, zum Beispiel neue Spieler. Ich markiere euch das nochmal hier, der Nullpunkt ist natürlich hier mittig der Karte bei Sispire. Dazu fliegen wir jetzt hier einfach hin, bzw. springen direkt da raus, sodass wir da drauf landen können. Zack, gelandet und wie ihr seht, ist die Aufgabe damit abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!